Herzlich willkommen zum Einheitspodcast mit Aaron Mohrhoff und mein Name ist Sven Breyer. Wir wollen mit euch in den nächsten Wochen, mit euch, für euch, die heißen Eisen besprechen, die derzeit in Politik und Gesellschaft geschmiedet werden. Und in der ersten Folge stellen wir uns heute die Frage, wie viel DDR steckt aktuell in der BRD? Bevor wir richtig durchstarten, wollen wir uns noch kurz vorstellen mit zwei, drei Sätzen. Aaron, du machst bitte den Anfang. Ja, danke Sven, hier bei der ersten Folge Heißer Herbst, der Einheitspodcast. Ja, ich bin studierter Medienethiker, ich bin freier Blogger, Autor, Redakteur unter anderem für das Medienportal Nuo Viso. Ich betreibe meinen eigenen Kanal auf YouTube und den ganzen Plattformen, über die man sonst noch publiziert. Und da widme ich mich eigentlich vor allem den Betrachtungen der Woche, meistens so eine Art Medienanalyse. Und ja, das ist noch so ein bisschen mein eigenes Baby. So viel von mir und ja, Dr. Sven Breyer, jemand, der von dir noch nicht gehört hat. Erzähl mal ein kleines bisschen aus deiner Vita. Ja, wie der Titel schon verspricht, ich habe gerade frisch promoviert im Fach Geschichte. Meine Dissertation ist vor zwei Monaten erschienen im Dresdner Telem Verlag. Und ja, ansonsten bin ich Autor, Journalist für diverse Medien und betreibe den Blog im Osten Punkt Perspektiven, wieder den Zeitgeist www.imosten.org, wo ich eben bestimmte gesellschaftliche Fragestellungen aus ostdeutscher Sicht aufgreife. Ja, das reicht im Prinzip schon zu mir. Ich denke, in den nächsten Folgen wird man noch ein bisschen mehr auch von uns beiden erfahren. Und ich glaube, dann können wir starten mit unserem Thema, Aaron. Ja, genau. Grundsätzlich, ich sage mal so ein bisschen das Initial für diesen gemeinsamen Podcast. Man könnte ja fragen, warum noch ein Podcast? Wir haben beide die letzten sowohl fünf bis zehn Jahre nicht geschlafen, aber auch ganz speziell die letzten zweieinhalb Jahre intensiv beobachtet. Und sind, glaube ich, beide der Überzeugung, dass wir ganz aktuell und ganz akut wirklich vor einem heißen Herbst, wie er eben auch genannt wird, stehen. Und wollen die nächsten auf jeden Fall mal Wochen, diesen Herbst, vielleicht auch noch den Winter, einfach mal so ein bisschen das Geschehen beobachten, kommentieren und begleiten. Weil es wahrscheinlich darauf herausläuft, dass wir vor Umwälzungen stehen in diesem Land, die wahrscheinlich einiges übertreffen von dem, was sich der Normalbürger auf der Straße vielleicht aktuell noch darunter vorstellt. Und um dem Ganzen ein bisschen Würze zu geben, haben wir dann eben noch uns dieses Wortspiel der Einheits-Podcast eben mit Z erlaubt. Und wollen in der heutigen ersten Folge mit euch mal auf die Themenfelder blicken. Wie viel DDR steckt eigentlich in dieser neuen, wiedervereinigten BRD? Und das mal an drei Themenfeldern so ein bisschen festmachen. Zum Beispiel eben heute an Medien, an Kultur und an Bildung. Und uns an diesen Themenfeldern ein bisschen durch den Podcast hangeln. Genau. Und wenn wir es schaffen, dann kann man vielleicht auch noch was zum Thema Repression und Überwachung sagen, beziehungsweise auch Wirtschaft und Soziales. Aber wir machen uns da gar keinen Stress heute, sondern starten eben einfach mal an mit Kultur und Medien. Aaron, das ist ja vor allem dein Hauptbetätigungsfeld als studierter Medienethiker. Wie sieht es denn aus mit der Medienlandschaft heutzutage in der Bundesrepublik? Ja, witzigerweise hatte ich sogar dieses Themenfeld, mein Bachelor-Studium hieß Kultur und Medienbildung. Also das ist ganz witzig, dass man in einem Bachelor-Studiengangstitel diese ganzen drei Begriffe mit reinpacken konnte damals. Und tatsächlich ist ja Kultur, Medien und Bildung beschreibt eigentlich alles. Alles tangiert eigentlich diese drei Felder in irgendeiner Form, alle gesellschaftlichen Aspekte. Und deswegen lassen sich an diesen drei Feldern auch alle größeren Verwerfungen der letzten Jahre und der letzten Zeit gut festmachen. Zum einen, ich denke, wenn wir über Medien sprechen, dann erleben wir, auch wenn das schon wieder zu einem phrasenartigen Schlagwort geworden ist, natürlich die Verengung des Meinungskorridors. Aber es ist eben ein sehr offensichtliches Phänomen unserer Zeit. Es ist mittlerweile so, dass viele Dinge nicht mehr nur nicht sagbar sind oder nicht veröffentlichbar über ganz offene Zensur. Also, dass gewisse Sachen nicht gesagt und gedruckt werden dürfen, wie wenn das Wort Impfung zum Beispiel auf Instagram einfach zensiert wird. Das bekannte Shadowbanning, also dass ich Leute zum Beispiel nicht mehr in einer Story verlinken darf, weil sie sich falsch in diese oder jene Richtung geäußert haben. Dass gewisse YouTube-Algorithmen greifen und ich dann einfach nicht mehr angezeigt werde. Also dieses eigentlich softe oder smarte Zensieren, das ja auch bis zu dem Punkt geht, dass schon im Upload als eine Art Upload-Filter erkannt wird, wenn ein falscher Begriff oder sogar durch algorithmische Erkennung von Grafik tatsächlich eben eine Abbildung erkannt wird, die so nicht gezeigt werden soll. Und ich meine, für jeden, der wachen Auges durch diese Welt schreitet, muss seit einigen Jahren klar sein, dass wir es mit Zensur zu tun haben, was jeder Form von Rechtsstaat und Demokratie zuwiderläuft. Und ja, ich könnte jetzt natürlich noch weiter Beispiele anführen. Wahrscheinlich wissen die meisten Hörer auch genau, was ich meine. Aber so viel vielleicht mal zum Themenkomplex Medien in unserer Zeit. Ich würde da vielleicht noch ergänzen. Mir hat ein guter Bekannter im Zuge der, ich nenne es mal Corona-Krise, mitgeteilt oder meinte, der halt eben auch noch 20, 30 Jahre DDR live miterlebt hat. Bei mir waren es ja nur fünf Jahre. Er meinte halt sinngemäß, also in der DDR gab es auch viele verschiedene Zeitungen, aber die haben eben auch alle mehr oder weniger das Gleiche geschrieben. Und ich sage ja, diese, was da seit März 2020 abging, gerade in den Medien, das ist ja bis heute, also wenn man sich ein bisschen mit Medien, wie sie funktioniert, etc. beschäftigt, dann stehen gerade auch wir beide wirklich fassungslos davor, was da abgegangen ist. Und wir sehen ja, das Gleiche wiederholt sich ja seit 24. Februar auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, wo eben Spiegel, die Öffentlich-Rechtlichen, vor allem die Welt, die Springerpresse, ja, das ist alles mehr oder weniger die gleiche Meinung, ja, die gleiche Berichterstattung, wenn man überhaupt von Berichterstattung sprechen kann. Und ja, man muss eben sich dann doch in den alternativen Medien umsehen, um einfach mal eine andere Meinung auch zu bekommen. Aber so diese Entwicklung, ja, dass die großen deutschen Tageszeitungen, ja, zum Beispiel auch die FAZ, ja, dass die alle relativ auf einer Linie sind, das ist schon, also seit 2020, das ging natürlich auch schon ein bisschen eher los. Aber da ist es wirklich massiv aufgefallen. Und das ist schon irgendwo, auch als Wissenschaftler, sage ich mal, faszinierend, aber eben auch gruselig. Und da ist eben die Frage, wo das Ganze noch hingeht. Ja, ich habe gerade dann direkt über dieses Wort, was du nicht ausgesprochen hast, aber was mir sofort in den Sinn kam, nachgedacht, Gleichschaltung. Weil ich natürlich, wie du auch, wahrscheinlich so sozialisiert bin, dass es gewisse Dinge gibt, die darf man nicht mit der Vergangenheit vergleichen. Gewisse historische Parallelen sind nicht zu ziehen. Und dieses Wort Gleichschaltung hätte ich auch nie in den Mund genommen, wobei ich mittlerweile finde, zum einen finde ich, dass man sich die Sprache nicht gänzlich nehmen darf, denn grundsätzlich ist es ja mal nur ein Wort. Es ist aber eben vorgefärbt. Es trifft aber eigentlich die Realität aktuell wieder ganz gut. Man muss ja den Bezug zum Nationalsozialismus nicht zwanghaft herstellen, aber dass diese Medien im Grunde nur einen unterschiedlichen Look haben, einen unterschiedlichen Mantel, aber im Kern in den entscheidenden Talking Points die gleichen Narrative verwenden, also Wirtschaft, Finanzen, Euro, Außenpolitik, Innenpolitik, Rechtsradikalismus, Rassismus, Soziales, was auch immer man heranzieht. Da gibt es eigentlich, und ich liebe es, diesen YouTuber zu zitieren, Rezo, der in seinem Video von 2019 war es, glaube ich, damals gesagt hat, es gibt nur eine legitime Einstellung. Und zwar hat er das damals zu dem Klimawandel gesagt, als er damals die, ich glaube, CDU zerstört hat. Und es war das meistgeschaute Video des Jahres in diesem Jahr 2019 oder was, 2018, nagel mich nicht darauf fest, aber der Gedanke ist klar. Und das ist damals auch eben im alternativen Spektrum extrem rezipiert worden und ist auf große Resonanz gestoßen, dass eben dieser Satz so fiel. Es gibt nur eine legitime Einstellung und das eigentlich nur eben bei den kritischen Medien, bei der kritischen Gegenöffentlichkeit überhaupt noch für Entsetzen gesorgt hat. Denn ich würde behaupten, in einer freien Gesellschaft, wo sozusagen eine, was auch immer für eine Entwicklung ein Land oder eine Gesellschaft oder ein Volk ansteuern will, dass diese Entwicklung eigentlich zunächst in einem offenen, freien Diskurs ausgehandelt wird. Widerspricht sich ja nun diametral mit der Vorstellung, dass man nur eine richtige Position, eine legitime Einstellung zu etwas haben darf. Zum Thema Rezo, da würde ich auch noch mal einhaken. Ich kannte den jungen Mann bis dato nicht. Ja, und ich habe mir daraufhin auch dieses Video, die Zerstörung der CDU oder wie es hieß, auch angeschaut von vorn bis hinten. Da waren ja auch wahnsinnig viele Quellen dabei etc. Aber wenn du dir den Output von ihm anschaust, was er sonst so macht, da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, wie kommt das denn, dass dieser weitgehend Unbekannte, also zumindest für, sage ich mal, die über 30-Jährigen auf einmal so ein mediales Echo erfährt, ja, in der Bild-Zeitung auf einmal ist überall, ist er auf einmal präsent, obwohl er sonst eben Videos mit einem ganz anderen Inhalt macht, ja. Das habe ich mich wirklich gefragt, wie kann denn das sein, dass so jemand plötzlich quasi über Nacht mit einem so einem Video so große Erfolge feiern kann, ja. Und natürlich wissen wir beide, Reichweite ist eben entscheidend, ja. Und wer einem da auch pusht und wer welche Interessen verfolgt. Und was du meintest zum Thema Gleichschaltung, wie gesagt, ich bin ja immer, nicht zuletzt auch als Historiker, vorsichtig mit dem Begriff. Aber was mir auffällt, du hattest auch vorhin das Thema Rechtsradikalismus mal erwähnt, Rassismus, und das fällt mir ja, wenn wir auch mal wieder vielleicht auf unser Thema so ein bisschen stärker eingehen, das fällt mir auf, weil in der DDR war alles, was gegen den Staat gerichtet war, sozusagen, das waren eben faschistische Elemente oder der Klassenfeind, ja, und es ging halt immer, oder kontrerevolutionärer, ja. Also es war immer, er hatte immer so eine, wie soll ich sagen, faschistische Konnotation. Und wenn ich mir heute das anschaue, wie läuft das heute? Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, auch die Rede gehört von Alice Weidel am Mittwoch im Bundestag. Die war ja sehr beeindruckend, wie ich fand. Und da hat sie auch das Thema Infektionsschutzgesetz angesprochen, ja, was ja gestern verabschiedet wurde, interessanterweise auch wirklich nur mit den Stimmen von Grünen, SPD und FDP und linke AfD und sogar die Union fast geschlossen dagegen gestimmt. Auf jeden Fall meinte Weidel in Richtung Ministerin Nancy Faeser gerichtet, dass sie die Vermutung hat, ja, dass dieses Infektionsschutzgesetz vielleicht auch den Hintergrund hat, dass man eben, wenn es zu Demonstrationen im Herbst kommen sollte, dass man dann eben wie bereits in den Jahren 2020, 2021 als Staat sagen kann, die Inzidenz ist halt hoch und da können wir eben gerade keine Demonstration zulassen, ja. Und ich meine, Nancy Faeser hat ja schon relativ oft bewiesen, wie ihre Gesinnung ist. Und da sieht man ja schnell, dass wirklich, dass es eben schnell gehen kann, dass man als rechtsradikal diskriminiert wird, wenn man nur irgendwie was gegen den Staat sagt. In dem Kontext vielleicht auch noch ganz interessant, dieser neue Straftatbestand, da hatten wir auch mal drüber geredet, namens verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates, ich habe es mir hier gerade nochmal aufgeschrieben, der ist ja im Zuge der Corona-Proteste aufgekommen, ja. Und der erinnert wirklich stark an den Paragraf 220 des DDR-Strafgesetzbuches, der eben echte oder angedichtete Staatsverleumder jederzeit aus dem Verkehr ziehen konnte, so. Und das ist schon, ich denke, das kann man durchaus mal ansprechen und vergleichen. Wir waren beim Thema Medien und haben jetzt, glaube ich, die Brücke geschlagen, auch generell zu, ja, über Rezo auch so ein bisschen zu Kultur, könnte man vielleicht fast sagen. Nicht, weil ich Rezo als kulturell wertvoll betrachte, aber du hattest ja zu Recht auch nochmal zurückkommend auf das Video, die Zerstörung der CDU, die Frage gestellt, welche Interessensgruppen wohl möglicherweise auch hinter solch einem Video standen, denn die Dichte der Fakten und Belege und Quellen, mit welcher dieses Video auch recherchiert war, hast du ja gerade auch nochmal angesprochen, ich bin 100% davon überzeugt, dass es nicht aus der Feder von Rezo stammte. Ja, wie du schon sagst, es hatte ja ganz klar, also die Zerstörung der CDU wird wohl einer Partei, die wir alle kennen, die eine bestimmte Farbe trägt, in die Hand, in die Hände spielen. Und diesen Aufstieg konnte man übrigens witzigerweise seit diesem Video tatsächlich beobachten. Also wir hatten damals diese Europawahl 2018, 2019, das war auch die Zeit, in der die große Klimaglocke geschwungen wurde. Also das war wirklich die Zeit 18, 19, da gingen die Fridays-for-Future-Bewegungen los, da kam Greta Thunberg auf, da gab es auf einmal immer mehr Diskussionen über ökologischer Fußabdruck, WEF spielte eine größere Rolle mit der Einschränkung des Lebens und ökologischere Lebensführung und wir müssen mehr verzichten. Und diese Narrative wurden zu der Zeit aus meiner Sicht alle gestrickt und dann jetzt zunehmend eben breiter ausgelegt und träufelten immer mehr ins breite Bewusstsein. In dem Kontext fand ich auch interessant. Ich habe auch früher mal ganz gerne, wenn ich mal die Zeit dazu hatte, die FAZ gelesen. Und gerade im Vorfeld der Bundestagswahl letztes Jahr, da dachte ich wirklich manchmal, ich bin im falschen Film. Also die Berichterstattung eben über Annalena Baerbock, Robert Habeck, die Grünen generell, Wirtschaftsbosse, die sich auch für die Grünen stark machen, die wurden in der FAZ wirklich, ich will nicht sagen grofiert, aber wirklich positiv dargestellt. Ja, ich meine, Luisa Neubauer hat ja dann das Angebot bekommen, im Vorstand der Deutschen Bank zu sitzen. Ja, genau, genau. Ich meine, wie heißt der, Joe Kayser, glaube ich, war damals oder ist, glaube ich, noch Vorstandsvorsitzender, der ja auch großer Fan ist von den Grünen. Und ja, ich habe, wie gesagt, die FAZ nicht wiedererkannt. Das ist bis heute, ist das so geblieben. In dem Kontext ist auch ganz interessant, ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast, die war vor ein paar Monaten erschienen über Uwe Tellkamp, der eben in dieser Doku auch mit einem FAZ-Redakteur sich unterhält und eben den Herren da auch vorwirft, dass sich die FAZ auch ziemlich gewandelt hat. Und das fällt offenbar auch anderen Menschen auf. Und man fragt sich eben wirklich die FAZ, ja, das große konservative Blatt, was ist denn da, was ist da geworden, was ist da draus geworden? Und einer, der dazugehört hat, war wohl ohne Zweifel Frank Schirrmacher. Und er verstarb sehr früh und verstarb auch vor diesen ganzen Umwälzungen, die wir jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren erleben, wo seine Meinungen und Betrachtungen sicherlich sehr wertvoll gewesen wären, weil er ja eben auch so aus der alten Journalistenschule, alte BRD war und eben ein unheimliches, über einen unheimlichen Bildungsschatz auch verfügte. Er war ein immenser Kritiker dieser ganzen Digitalisierung und künstlichen Intelligenz und hat wirklich mit seinem ganzen, mit Leib und Seele auf die Gefahren von, wie soll man sagen, diesen ganzen Transhumanismus eigentlich auf diesen hingewiesen. Diese Stimme ist zum Beispiel dann verstummt und das hat ja auch so einen gewissen Niedergang eingeläutet zum Thema, weil wir das jetzt schon zwei, dreimal angerissen hatten, Gleichschaltung fällt mir dann mit dem Klimathema gerade auch noch ein, dass zu dieser Zeit 18, 19, als auch das Rezo-Video losging und dieser grünen Aufstieg startete von so um die 10, 12, 15 Prozent bundesweit auf teilweise bis zu 25, dass zu dieser Zeit wirklich alle großen Blätter, ich weiß noch, es gab diese eine Woche, ich habe es noch vor mir, wie heute, ich war an der Tankstelle und Zeit, Spiegel, FAZ, Fokus, Stern hatten alle Greta Thunberg wie Jesusartig als Prophetin abgebildet, als Messias, mit wirklich Scheinwerferlicht, perfekt ausgeleuchtet und in Hochglanz abfotografiert, wie auf so einem Vogue-Cover mit diesem gleichzeitig beginnenden, orchestrierten Tenor, in den alle einstimmten. Es droht der Untergang und diese Bewegung mag möglicherweise unsere letzte Rettung sein. Und ich wusste, weil ich einfach viel zu viel mich mit diesen Themen beschäftigt hatte in den Jahren zuvor, wenn solche Dinge passieren, dann fallen sie nicht vom Himmel. Dann ist da irgendeine Agenda dahinter und das hat sich ja dann sowas von bestätigt. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass wirklich dieses Klima-Narrativ, ich muss sagen, ich habe das bis vor wenigen Jahren auch, ich meine, zwei Sachen fallen, glaube ich, jedem auf. Also es gibt definitiv weniger Insekten zum einen und zum anderen hat man auch subjektiv den Eindruck, dass die Sommer schon immer heißer werden. Die Frage ist aber eben, ist das 100 Prozent Menschen gemacht? Ja, diese zwei Entwicklungen, das ist die große Preisfrage. Und wenn man mal ein bisschen anfängt, sich damit näher zu beschäftigen, was man als Wissenschaftler eigentlich auch dann auch, was auch die Neugierde eines Wissenschaftlers auszeichnet oder auszeichnen sollte, dann merkt man eben, da gibt es viele Widersprüche. Und es gibt auch Wissenschaftler, die haben da eine ganz andere Meinung. Und ich meine, was wirklich das Irrste von allen ist, dass wieder mal Deutschland, die deutsche Regierung, ja, der ganzen Welt zeigen muss, zeigen will, wir sind toll, wir gehen als die großen Klimaschützer, wollen wir in die Geschichte eingehen, obwohl wir zwar nur zwei Prozent der Treibhausgase des CO2 in Deutschland ausstoßen bei einem Prozent der Bevölkerung, aber wir schaffen das, ja, wir machen das. Und ob da die Chinesen und die Russen und die Amerikaner, ja, was die so rausblasen, das ist in diesem Kontext völlig egal, was so die andere Welt macht. So, ja, die gibt ja doch noch ein paar Regierungen, die auch ein bisschen versuchen, ja, den Wohlstand ihrer Bevölkerung zu mehren und diesen nicht zu verringern. Aber das fand ich schon im Zuge dieser Klimakrise, ich nenne es auch Klimahysterie, auch eine interessante Entwicklung. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Narrativ vielleicht sogar noch größer ist. Ja, auch bei Corona ist ja ganz klar, Masken sind gut, Impfungen sind gut, auch wenn da ganz viele Wissenschaftler vielleicht eine andere Meinung haben. Aber bei der Klimageschichte ist es auf jeden Fall noch eindeutiger. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie das noch weitergeht. Ja, da muss ich auch wirklich mal, weil du auch gerade über diese Hysterie sprichst und sowas, einen Autor erwähnen, den ich dieses Jahr erst entdeckt habe für mich, und zwar über den Kontrafunk, Markus Walefeld. Finde ich wirklich großartig. Ist ein Genuss, ihm so beim Denken zuzuhören, wenn er ab und zu in Podcasts in Erscheinung tritt. Halte ich wirklich für einen großen Intellektuellen. Und er sagt eben, dieses Klimanarrativ ist ein religiöses Narrativ. Und es ist eigentlich als Ersatz eingetreten für eine Welt, die immer atheistischer wird und globalistischer und in der diese alten Strukturen von Kirche und Religion eigentlich überholt sind. Der Mensch aber eigentlich dieses Bedürfnis, dieses Verlangen nach Einbettung in einen größeren Kontext noch immer hat. Und deswegen sagt er auch, dieses Klimanarrativ mit all seinen Lösungsgedanken und diesem Abbitte und Buße tun, was ja ganz offensichtlich ist, wenn man drüber nachdenkt, dass es auch diese ganzen religiösen Handlungen eben gibt, dieses Tracken vom CO2-Fußabdruck. Und man kann sich dann mit einer Art Ablass eben rauskaufen. Wenn man seinen Flug bucht, kann man 15 Cent dazugeben und dann ist der CO2-Fußabdruck ausgeglichen vollkommener Schwachsinn. Oder eben auch im Flixboost oder bei der Deutschen Bahn. Genau. Und was er eben sagt, dann schließe ich den Gedanken ab und wir können vielleicht dann auch noch kurz zur Kirche kommen, zur Rolle der Kirche aktuell. Er sagt, dieses Klimanarrativ übersteigt alles und schwebt über allem. Also das ist sozusagen, wenn man eine Rangliste, eine pyramidale Ordnung erstellen wollte, dann ist es über Migration. Es ist über Corona. Es steht über Narrativen von diesem Rechtsframing und so weiter, sondern sozusagen, das ist der kleinste gemeinsame Nenner und da darf niemand widersprechen. Also man darf selbst zu Corona kritisch sein, solange man akzeptiert, dass die Welt in 50 Jahren untergeht und die Sonne schmilzt und wir alle erfrieren oder in der Schlammflut sterben oder die Sintflut über uns einbricht, wenn wir nicht das CO2 einsparen. Und das ist immer das einzige Schlagwort. Es geht immer nur um dieses eine Treibhausgas. Und ja, das ist aus wissenschaftlicher Sicht, sorry, dann bin ich fertig, unfassbar lachhaft. Wirklich anders kann man es nicht bezeichnen. Ja, und es gibt ja auch Versuche, eben diese Narrative zu verbinden. Also ich erinnere mich da nur an die Fledermäuse in China und dass eben aufgrund des Klimawandels die Tiere und die Menschen eben immer näher sich auf den Pelz rücken. Und dann entstehen eben diese Zoonosen, heißt es glaube ich, wie Corona. Und ja, und... Klingt wie Neurose, ne? Genau, genau. Und dann kann man sicher auch noch den... Das hatte ich auch schon gehört, dass es eben auch Klimaflüchtlinge gibt beziehungsweise geben wird. Also man kann diese ganzen Narrative auch wunderbar zusammen kombinieren. Und ich will auch nicht immer sagen, dass das grundsätzlich alles nicht stimmt. Also ich meine, ich sehe natürlich auch, dass diverse Inseln in der Südsee tatsächlich bedroht sind von höheren Wasserständen. Nur, wie gesagt, die Frage ist immer, wie viel ist da der Mensch dran schuld? Und was können wir hier in Deutschland da dran ändern? Das ist immer die große Preisfrage. Und welchen Preis zahlen wir? Ich finde das interessant, was du gerade sagst, weil, weißt du, dieses vorgeschobene Relativieren und Entschuldigen, dieses, wobei ich natürlich nicht in Abrede stellen will, das durchaus zu beobachten, ist das, das erinnert mich an dieses Corona-Narrativ, dass jemand, der die völlig faschistoiden Maßnahmen kritisieren wollte, der musste dann immer dazu sagen, ja, ich nehme natürlich schon zur Kenntnis, dass es Krankheitserreger gibt und Viren und ich leugne grundsätzlich nicht das Virus. Weißt du, was ich meine? Man muss, wenn man überhaupt Kritik äußert in unserem System, muss man eigentlich davor, selbst wenn man wirklich, wenn man sich seiner Position wirklich sicher ist, muss man für die allgemeine Bevölkerung dazu sagen, dass man sozusagen nicht vollkommen geisteskrank ist, was natürlich ein Indikator dafür ist, dass der Meinungskorridor extrem verengt ist. Ja, das ist genau das Gleiche, wie wenn ich sage, ich bin, also ich bin nicht rechts, aber mir fällt schon auf, dass in Berliner Freibädern, also gerade auch diesen Sommer, wenn es zur Eskalation gibt, zu Tumulten, dann ist relativ oft der Fall, dass die Leute da einen migrantischen Hintergrund haben. Siehst du, ich merke schon selber, wie ich mich gerade da sehe. Ja, ja, du drückst dich um jedes Wort, ja. Ja. Ja, nee, ich weiß natürlich, was du meinst. Ich habe mir gerade überlegt, welche Talking Points, wie man so schön sagt, wir unbedingt noch abarbeiten wollen und da fällt mir jetzt gerade ein, ich würde noch gerne zwei, drei Worte zu Religion verlieren wollen und dann den, genau, Kirche und dann den Bogen vielleicht schlagen zu nochmal auch ganz aktuell heißer Herbst Sachsen, Proteste in Leipzig und dann vielleicht auch gerne nochmal dieses Fass aufmachen, grundsätzlich DDR, BRD zum Abschluss, weil du ja auch, das ist jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht gefallen, du hast natürlich deinen Blog im Osten.org unter anderem deswegen, weil du, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in Zittau im ganz tiefen Sachsen sozusagen auch groß geworden und sozialisiert worden bist, liege ich da richtig? Also Ebersbach-Neu-Gerstdorf, aber das ist noch unbekannter als Zittau, deswegen sage ich oft Zittau-Löbau, also Oberlausitz quasi, Ostsachsen, genau. Und ja, vielleicht da noch ein Satz dazu, ich habe das eben, das war mir so eine Herzenssache, weil ich eben einfach bis heute merke, dass der Osten in jeglicher oder Ostdeutschland in jeglicher Form unterrepräsentiert ist, ob das in den Medien ist, ob das in der Wirtschaft ist, ob das in vielen Parteien ist und wollte da eben auch mal eine andere Sicht auf die Dinge bringen, die ich so wirklich kaum irgendwo anders finde. So, das vielleicht noch dazu. Aber wie gesagt, du meintest Stichwort Religion, finde ich gut. Kirche, wolltest du, zur Kirche wolltest du was sagen? Ja, und zwar, ich habe ja, man hat ja die besten Gedanken, hat man irgendwie unter der Dusche oder beim Spazieren gehen, ist dir bestimmt auch schon mal aufgefallen. Und da kam mir einfach nur so, manchmal hat man so einen Geistesblitz, das hat ja dann so was Zen-artiges, wenn man nicht denkt, dann kommt einem dann der Gedanke irgendwie von oben. Und ja, da habe ich so drüber nachgedacht, also die Kirchen und die Rolle der Kirchen in den letzten zwei bis drei Jahren, gerade auch Corona- und Klimanarrativ, da lässt sich wirklich auch diese Parallele ziehen. Ich lebe ja mit einer ukrainischen Freundin auch zusammen, die mir dann immer erzählt, also in der Sowjetunion waren die Kirchen quasi auf Staatslinie gleichgeschaltet und hatten ihre Funktion als Gotteshaus gar nicht mehr und sollten eben auch in dem Sinne keinen Trost schenken, sondern waren also komplett politisiert. Und dann sind wir da natürlich jetzt bei diesem großen Fass, was wir in diesem Podcast aufgemacht haben, BRD, DDR, Sozialismus, sind wir in einer Form von Sozialismus, und aus meiner Sicht lassen sich ja die Kirchen auch so beschreiben, dass sie aktuell 100 Prozent auf Staatslinie und in dieser Agenda, in diesen verschiedenen Agenden, die alle gegen die Bevölkerung aus meiner Sicht gespielt werden, dass sie da mitmachen und mitschwimmen in diesem Strom. Und es geht ja sogar auf absurdeste Art und Weise so weit, dass eben die evangelische und katholische Kirche also mittlerweile Fürsprecher und wirklich erzürnte Advokaten dieser ganzen Gender- und Woke-Ideologie sind. Also an jeder Kirche hängt eine Regenbogenflagge und es ist so wirklich, wer da wirklich mal mehr als zwei Gedanken dran verschwendet, der muss merken, wir sind, was diese, und ich habe es ja jetzt gerade an einem konkreten Beispiel festgemacht, da sind wir in Erscheinungsformen, die wir nur aus kollektivistischen, faschistoiden Systemen kennen. Eben Stichwort UDSSR. Ja, damit mein Gedanke zur Kirche beendet. Vielleicht kurz ein Einwurf noch dazu. Ich glaube, es war gestern oder vorgestern, da hat ein katholischer Bischof, ich glaube irgendwie NRW, meinte eben wortwörtlich, Homosexualität ist Gott gewollt. Meiner Meinung nach kann man das durchaus so sehen, aber das ist natürlich eine inhaltliche Drehung um 180 Grad für die katholische Kirche. Also ich war da schon ziemlich baff nach der Aussage. Muss man auch gar nicht unbedingt jetzt negativ, ich will das jetzt auch gar nicht überbewerten, aber es ist schon interessant, wie die katholische Kirche eben auch, oder vor allem natürlich die evangelische, diese ganzen Agenten mitspielt. Hat man ja auch bei Corona extrem gesehen, wo ich mir wirklich dachte, ihr habt doch Gott, vertraut doch in Gott, warum macht ihr eure Kirchen nicht auf? Und vielleicht noch zum Thema Religion, Kirche, das fiel mir eben auch auf. Also ich komme eben aus einem sehr atheistischen Haushalt, klassische Eltern, die in der DDR aufgewachsen sind. Deswegen hatte ich nie einen Bezirk, eine Beziehung zu Religion. Was mir immer mehr auffällt, dass wirklich viele, also weil wir gerade über die Kirchen so negativ geredet haben, ich lerne auch viele Leute kennen, die sind angeschüttete Christen und die haben teilweise ähnliche Ansichten wie wir. Also mir fällt auch oft auf, ich weiß nicht, ich war neulich auf einer Taufe im Erzgebirge, eine Taufe im Erzgebirge, so ja, das klingt erstmal in der heutigen Zeit sehr abgefahren und da war die Kirche voll und ich fand wirklich so, wenn man heute sein Kind noch katholisch taufen lässt, in diesen Zeiten, in denen wir leben, das ist ja schon irgendwie eine Protestform gegen diese Gesellschaft. Und ich muss wirklich sagen, ich war da wirklich, es hat irgendwas mit mir gemacht. Also ich fand Kirchen schon immer irgendwie faszinierend, weil es gerade auch als Historiker, die Kirche ist immer in der Regel der älteste Ort in jeder Stadt, in jedem Dorf etc. Und ich finde, da ist Potenzial da, sage ich mal. Also schauen wir einfach mal, in welche Richtung das noch geht. Und das war eben vielleicht auch der Vergleich zur DDR. Da waren natürlich die Kirchen auch immer die Auffanglager für jeglichen, oder nicht für jeglichen, aber für viele Arten von Widerstand. Ja, und da kann man sicherlich ein paar Parallelen vielleicht auch ziehen. Ja, interessant, weil genau, man kann mir jetzt ja entgegenhalten, ja, aber Aaron, weißt du denn nicht, welche Rolle die Kirche in der DDR gespielt hat? Und genau, da schließt sich sozusagen aus These und Antithese diese Synthese, die wir jetzt gerade beide vereint haben, aus meiner Sicht, dass es eben durch diese, dieses Verbot eigentlich überhaupt noch religiös zu sein und diese Pflicht in die Agenda eingebettet zu sein, in die Staatsdoktrin, dann auch wieder die Möglichkeit zur Protestform eben auch gibt, weil ja die Leute dann irgendwann checken, ihr erfüllt gar nicht mehr die eigentliche Aufgabe. Und dann entstehen vielleicht auch irgendwelche, ja, Flüster, Kreise und Hörnsagen und irgendwie Gruppen, die sich dann eben gerade in diesen Kirchen treffen, um vielleicht eben auch Protestformen zu besprechen oder anzuwenden. Gott, das klingt jetzt so, wie wenn ich hier zur irgendwie militanten Revolution aufrufe. Da sind wir dann vielleicht jetzt tatsächlich in Sachsen und in Leipzig. Ich dachte ja ganz am Anfang, dass wir heute sehr viel über Leipzig und diesen 5.9. sprechen, der ja aus meiner Sicht, so wie ich das jetzt rezipiert habe, in vielen Alternativen als auch etablierten Medien, schon so ein bisschen als Startschuss für diesen großen, heißen Herbst, der sich möglicherweise bis in den Februar, März, April eben strecken wird, gesehen wird. Ich sage jetzt mal einfach wirklich richtig vulgär, die Kacke ist am Dampfen. Und das lässt sich nicht mehr verheimlichen. Links und rechts geht auf die Straße, zwar offiziell noch nicht gemeinsam und als Querfront, aber also der Druck im Kessel entlädt sich am Anfang natürlich an den Extremen und an den Flügeln. Und das lässt sich jetzt wirklich gar nicht mehr deckeln. Also die Unterschicht, die geringen Verdiener und auch die zunehmend verarmende Mittelschicht geht diesen Herbst ganz klar auf die Straße. Und das werden, aus meiner Sicht kann man hier mit Unruhen rechnen, die alles in den Schatten stellen, was wir in zweieinhalb Jahren Corona erlebt haben. Deine Beobachtungen und Schlussfolgerungen von Montag, Sven. Danke. Mir fällt dazu ein Spruch ein vom, ich meine, es war der Thüringer Verfassungsschutzpräsident vielleicht vor ein, zwei Monaten. Der hat gesagt, also was wir an Protesten in diesem Herbst und Winter erleben werden könnten, das wird dagegen, sind die Corona-Proteste ein Lacher. Und wir wissen ja, die waren definitiv kein Lacher, also was da mobilisiert wurde. Also in interessierten Kreisen, sage ich mal, hat man das auf dem Schirm, was gerade abgeht. Aber zum Thema Medien, mir ist eben aufgefallen, also du hattest in Leipzig ungefähr 4.000 Sympathisanten, sage ich mal, in der Linkspartei. Und je nach Quelle, das ist sehr unterschiedlich, 500 bis 2.000 Anhänger der sogenannten Freien Sachsen. Und mir ist natürlich aufgefallen, also die Freien Sachsen, Alpha Z, Spiegel, die üblichen Verdächtigen, rechtsextrem, rechtsradikal. Was hatten wir noch? Naja, so in die Richtung ging es halt. Und ich habe mir auch zum Beispiel einfach mal das Programm von denen angeschaut. Und aus meiner Sicht ist das sehr libertär, sehr sezessionistisch. Und ich habe das auch auf meinem Blog im letzten Beitrag so ein bisschen dargestellt. Das ist natürlich für den überbordenden Zentralstaat, den wir nun mal haben, der auch immer zentralistischer wird in den letzten zweieinhalb Jahren, ist das natürlich eine Katastrophe, wenn da eine Bewegung kommt und die da so ein bisschen libertär, sezessionistisch agiert. Wie gesagt, die Berichterstattung war eben so, naja, das waren so ein paar Nazis und ein paar Linke. Und das ist so die Querfront. Und die hat ja mit der Mitte der Gesellschaft gar nichts zu tun. Also ich finde, das wird klein gehalten. Das war auch nicht überraschend, dass viele etablierte Medien das natürlich jetzt machen. Man kann sich natürlich auch fragen, Leipzig, historischer Ort, ja, da war schon neben Dresden und Berlin gingen ja viele, viele Revolutionen in Deutschland, ob das jetzt 1848, 49 war, 1918 und 1989. Da hat ja immer Leipzig und besonders auch Sachsen eine zentrale Rolle gespielt. Und ich denke mal, weil ich kenne die Leute in Sachsen vor Ort gut und da ist wirklich spätestens jetzt mit dieser selbstgemachten Energiekrieg, durch diese antirussischen Sanktionen, die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Ja, man könnte sofort sagen, okay, diese Sanktionen bringen es nicht. Die schaden Deutschland viel mehr als Russland und wir steuern in die größte Wirtschaftskrise seit mindestens der Ölkrise, seit den 70er Jahren. Aber das wird nicht gemacht. Ja, es wird durchgezogen und die Leute im Osten, in Sachsen, in Leipzig, die haben einfach die Nase voll. Ja, sie wollen nicht schon wieder ein zweites Mal sozusagen verarscht werden. Ja, also sprich 1989, 90, da hatte man große Hoffnungen und viele Leute wurden dann sehr enttäuscht, gerade was das Soziale angeht, was das Finanzielle angeht. Und jetzt haben im Osten eben viele den Eindruck, hey, das hatten wir schon mal. Ja, das kennen wir auch. Das kennen wir auch mit den Medien, mit den Zeitungen, die auf einmal alle nur noch das Gleiche schreiben, mit Politikern, die offensichtlich entweder keine Ahnung haben von dem, was sie tun oder uns wirklich Dinge verschweigen oder Sachen falsch erklären. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute im Osten, die Älteren, sage ich mal, zum großen Teil auf dem Schirm haben. Und deswegen bin ich eben auch gespannt, was da weiterhin abgehen wird. Ich will hier noch mal kurz Petra Gerster rein, ja auch bei Maischberger saß, in diesem legendären Talk, wo in dieser Woche auch uns Habeck sein Bestes von sich gegeben hat. Und da ist wirklich alles gefallen. Also Petra Gerster, ehemalige, ich glaube, heute ZDF, heute oder Tagesthemen, irgend sowas, Moderatorin, hat da wirklich gemeint, also wenn wir diesen Winter mit drei, vier Pullis vor dem Fernseher sitzen müssen und unser Lebensstandard nun mal etwas sinkt, müssen wir uns vor Augen halten, dass Freiheit nicht umsonst kommt. Ich meine, das ist eigentlich ein zutiefst patriotisches US-Armee-Gelaber. Dieses Freiheit hat seinen Preis. Das ist extrem militant, das ist extrem kriegsgeil eigentlich, ja, im Kern. Dass man woanders unsere Freiheit verteidigt, das kennen wir auch vom Hindukusch und den ganzen Lügen, die im Zuge der Regime-Changes in Irak und Afghanistan und so weiter verbreitet wurden. Ich will dieses Fass jetzt nicht aufmachen, aber da wurde wirklich, und dann hat sie gesagt, Solidarität mit der Ukraine und du hattest wirklich das Gefühl, die hat wirklich einfach nur in einer Minute 20 Buzzwords abgehakt, wie bei einem Bullshit-Bingo von Dingen, die absolut widerlegbar sind, keine Relevanz haben und am Ende die Frage aufwerfen, aber was Sarah Wagenknecht unter anderem auch sagt, was bringt es denn um Gottes Willen, wenn wir hier alles verlieren für Waffenlieferungen in die Ukraine und wir haben nun mal keine Energiesouveränität in diesem Land, wir haben den Luxus nicht zu entscheiden. Wir müssen nicht best friends mit Russland werden, aber wir können gewisse diplomatische Gepflogenheiten und Energieströme wenigstens offen lassen und vielleicht im Gegenzug die ein oder andere extrem harte Sanktionierung wieder lösen, sodass wir hier irgendwie weiterleben können, weil der Druck auf der Straße wird nicht aufgebaut durch Rechtsextreme und Radikalisierer im Internet und irgendwelche Spinner. Den Druck auf der Straße baut diese katastrophale Regierung und Regierungszeit auch der letzten 5 bis 10 Jahre selbst auf. Genau und eben diese Radikalisierung, ob jetzt auf der Straße oder im Internet, ich schließe ja gar nicht aus, dass es die nicht gibt, aber die hat ja diese Regierung und diese Medienlandschaft hat die selber geschaffen und befeuert und anstatt mal da einen Schritt zurück zu gehen oder vielleicht auf die Leute zuzugehen, das wäre vielleicht noch besser, wird immer noch mehr Öl ins Feuer gekippt. Und das ist das Problem und gerade diese Aussagen von Petra Gerster, da muss man eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, weil du weißt genau, eine Petra Gerster, die wird, ich glaube, sie ist Rentnerin, hatte sie ja auch gesagt, und die wird vom ARD-ZDF ihre schöne Rente bekommen, ja, der ist das völlig egal, ob die Stromrechnung irgendwie doppelt oder dreifach so teuer ist oder die Gasrechnung, aber der allein anziehende Mutter, ja, die gerade ihren Job als Bäckerin verloren hat, ja, der ist das nicht egal, so, und da fällt mir noch vielleicht abschließend ein, ich meine, Milos Matuschek war das, der neulich in einem Podcast meinte, also in Deutschland hat er so langsam den Eindruck, in Anlehnung an Berthold Brecht, erst kommt das Fressen, dann die Moral, das war früher, heute in Deutschland kommt erst die Moral und dann das Fressen. Ja, das ist wirklich ein ausgezeichnetes Bonmot, ich habe das auch vernommen und habe dann auch so ein paar Augenblicke darüber nachgedacht, wie großartig diese Umkehrung dieses alten Brecht-Satzes eigentlich ist, ja, vielen Dank, dass du den hier auch nochmal mit rein bist. Ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, wir haben jetzt auch 45 Minuten, Wahnsinn. Ja, genau, ich bin mir nicht sicher, ob wir unserem Anspruch heute diese Themen so staccatoartig abzuarbeiten, ob wir dem gerecht geworden sind von wegen Medien, Bildung und Kultur, ich glaube, das ist aber auch gar nicht so wichtig, denn am Ende dieses Podcasts haben wir doch über einige Dinge gesprochen und denke ich auch in einen Sinnzusammenhang gebracht, der Zuhörer hat vielleicht einiges mitgenommen, ich will an der Stelle nochmal auf zwei, drei Dinge hinweisen, zum einen, dieser Podcast, heißer Herbst, der Einheitspodcast, soll so ungefähr zweiwöchig erscheinen, vielleicht machen wir auch mal einen Monat, in dem wir drei, vier Sendungen machen, je nachdem, wie dringend es auch ist. Wir freuen uns über Gäste, wenn jemand da draußen zuhört und dabei sein will, wir werden die nächsten Wochen auch uns bemühen, mal Gäste ranzuschaffen, weil wir neben dieser Zweierkonstellation gerne auch mal mit Experten oder interessanten Gästen sprechen und hoffen, dass wir dieses Projekt weiter erfolgreich verfolgen können, gebt uns gerne Feedback und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich verweise nochmal auf deinen Blog, Sven, Dr. Sven Breyer mit imosten.org, einige lesenswerte Artikel, auch meiner Meinung nach eine gute Mischung aus ausführlich, aber dann doch nicht zu lang, immer mit schöner Historiker-artigen Quellenangabe, habe ich gesehen, Sven. Ich danke dir, genau. Da kann ich nur erwidern, liebe Leute, schaut euch auch mal den YouTube-Channel vom Aaron an, Aaron Moorhoff. Ich habe da wirklich zum Thema Medien einiges gelernt, besonders empfehlen konnte ich das Video über Gustav Le Bon. Wie heißt dein Buch gleich nochmal? Die Psychologie der Massen. Genau, genau, genau. Das war wirklich ein super Video, habe mir dann auch das Buch gleich geholt und ja, ist immer gut, wenn man da ein bisschen was mitnehmen kann. Ja, ich würde sagen, dann sind wir raus für heute, Aaron. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. So geht es mir auch. Ciao da draußen an den Empfangsgeräten und hoffentlich bis in zwei Wochen. Ciao. 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 Ciao.